Und zwar schön die Ohren aufstellen. Die Hymne welchen Landes ist jetzt zu hören. So, was war das? War das A, Tschechien, B, Deutschland, C, Dänemark oder D, Kroatien? Zehn Sekunden, ab jetzt. Drück mal irgendwas außer Deutschland, ja. Gut, dass du es noch dazu gesagt hast. Drück mal Deutschland. Meine Herren, was glaubt ihr? Dänemark. Dänemark? Du bist Spezialist dafür. Wieso? Ach, du Schnacker, oder was? Ja, du Schnacker. Meine Damen, was habt ihr denn geschafft? A, Tschechien. Wenn das Tschechien war, ja. A, Tschechien, ja. Richtig ist aber D, Kroatien. Wer erinnert sich nicht? Wann war das noch genau? Hier. Das WM-Viertelfinale 1998. Deutschland 0, Kroatien 3. Und wer schoss einen entscheidenden Fehlpass? Richtig, Lothar Matthäus. Aber wie heiße schön, Pech auf dem Platz, Glück in der Liebe. Ne, Lothar?